Jetzt nehmen wir hier mal auf den schönen LDL-1000. Also hier sieht man, wie die Kopftrommel läuft, die beiden Bandtrommeln, da ist die Überwachungskamera und hier ist die Bremse, die die magnetische Bremse, genau, Kupplung, die die beiden Bandteller antreibt. Vor allem den rechten, in dem Fall, wird hin und her geschaltet. Und auch sehr interessant der Bandlauf. Nicht ganz so, wie man das heute von Videorekordern kennt.